Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim fünften Rennen bei einem großen Press von Miami bei der Aston Martin Karriere. Nachdem in Imola es ein bisschen ärgerlich mit diesem Fehler war und allgemein das Wochenende 5 ein bisschen das schlechteste von der Performance war, im Qualifying zumindest und im Sprint. Im Rennen war es eigentlich ganz gut, aber dann hat es halt der Fehler kaputt gemacht. Der aber passieren kann halt, wenn man in dieser Gurke fährt, dann mal zu viel will, zu hart über den Körper fährt und dann plötzlich das Auto verliert. Da kann das mal passieren. Also ich habe, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe den Aston Martin fast so in die Kurven reingeschossen, wie es vielleicht der Red Bull hergeben würde oder der Ferrari. Wahrscheinlich zumindest, dass die das hergeben. Aber mit dem Aston Martin kann man das nicht machen. Auf jeden Fall nicht. Zumindest noch nicht. Also wir haben ja diese Fälle nicht. Mit Aston Martin Weltmeister zu werden. Also darum sind ja die Ressourcenpunktraten auf erhöht bei uns, bei den anderen auf niedrig. Bei der KI. Daher hoffe ich, dass es mal bald kommen soll. Und vor allem haben wir auch, oder sollen wir in der Ausrufezeichen, sollen wir zwei Upgrades anbekommen. Dann Heckflügel, Haupttragerfläche und Frontflügel, Haupttragerfläche. Okay, irgendwie fast schon dasselbe. Von der Eurodynamik, oder? Ja, beide von der Eurodynamik. Da sind wir eh das schlechteste Team. Das kann schon mal nicht schaden, wenn wir beides bitte ankommen, äh bekommen. Ähm, und dann können wir vielleicht sogar noch was machen mit über 2000. Ja, oh ja, wir können sogar viel machen, oder was? Ganz, ganz billige mit 6. Oh ja, aber das sind alles kleine, oder? Ja. Ja, ist aber mir eigentlich scheißegal auf gedeutsch. Komm, machen wir ein kleines. Mit einer schnellen Entwicklung vielleicht sogar eins. Das könnte dann noch vorher ankommen, ne? Dann würde ich die Gewichtumverteilung mal mit schnellen Entwicklung machen. Oder beide. Dann würde beide noch, aber wenn das nicht kommt, da haben wir halt viel aus dem Fenster rausgekegelt. Das können wir nicht mehr, okay. Wir riskieren's. Also, wenn zumindest eins von diesen ankommt, wär's nett. Aber mal sehen. Aber es kann schon, Alter, das würde schon ganz großen Sprung machen, wenn alles ankäme vor diesem Rennwochern. Aber ich befürchte leider nicht. Antrieb ist auch noch was da, aber erst in 23 Tagen ist auch noch ein großes. Oh, das wird auch viel ausmachen bestimmt. Aber gut, beim Moto, beim Antrieb sind wir ja gar nicht mehr so schlecht. Für diese Schrottkiste auf gedeutsch. Aber gut, nur Williams ist noch schlechter. Okay. Also, zumindest die Aerodynamik war mit keiner schnellen Entwicklung. Die hoffe ich, kommt bitte an. Also, wenn die mal in eins ankommt. Wir hatten da bisher immer Glück, ne. Wir haben bisher alles anbekommen. Wie sieht denn hier die Qualitätskontrolle? Oh, bei der Aerodynamik ist aber gar nicht mal so schlecht. Aber auch beim Fuzzy nicht. Auf Stufe 2 ist die Qualitätskontrolle. Okay, das macht Hoffnung, dass das ankommen kann, durchaus. Beim Triebwerk mache ich mir da ein bisschen Sorgen, weil das hat nur eine Stufe aktuell bei Qualitätskontrolle. Aber gut geht. Wir machen es einfach und schauen, was ankommt. Wenn nicht, wenn was fehlt, dann ist es halt so. Kann man unbedingt ändern. Das Erste kommt dann. Perfekt. Das Zweite auch. Das waren die Aerodynamik. Das waren schon mal die großen Upgrades. Aha. Und haben uns ganz schön von Williams abgesetzt und knüpfen langsam an. Haas und AlphaTauri und wie sie alle heißen da. Im Grunde sind die alle eng bei Sunpes Alpina. Also wenn wir da einmal dran sind, dann sind wir auch richtig im Mittelfeld dran sogar. Ja, aber jetzt kommen die beiden, die einen Tag noch brauchen. Wenn immerhin eins ankommt, wäre es schön. Aber ich befürchte irgendwie, wir haben jetzt bisher noch nicht, es ist bisher noch nicht viel geschlagen. Und jetzt haben wir einfach mal zwei mit einer schnellen Entwicklung. Ich glaube, keins davon kommt an. Also wenn jetzt beide ankommt, wäre ein Wunder. Wenn eins ankommt, gut. Aber ich befürchte, dass es fehlflägt. Okay, so kann man sich sich irren. Okay. Oha, wir sind jetzt ganz dran an Mittelfeld. Alter, auch Alpine ist nicht mehr weit weg. Oh, das macht Spaß das Wochenende, glaube ich. Oh ja, da hat sich diese schnellen Entwicklung beim Chassis auf jeden Fall mal richtig gelohnt. Einfach mal ordentlich. Wir können sogar noch was wieder gleich wieder machen. Unfassbar mit diesem Haar. Oh, das ist sogar ein großes. Das würde ich aber sagen, nee, nicht normale Schnellentwicklung. Also wir haben nicht so viel Glück damit. Niemals. Wir machen lieber hier eine langsame, oder vielleicht auch bei Dark Dynamics. Wie sieht das da aus? Oh, da sind wir sogar mittlerweile im Mittelfeld angekommen. Wir waren da noch schlechtestes Team, wer sich daran erinnert, na? Wir sind dann immer direkt im Mittelfeld dran. Unfassbar, was zwei große Abgeordnete hier einfach mal machen können daraus. Beim Chassis sehen wir noch das vorletzte Team, aber deutlich. Was macht die memes, bitteschön. Ey, die sind ja komplett abgeschlagen. Beim Chassis, bei der Örgodynamik, auch mehr oder weniger nicht so deutlich, aber auch. Und beim Antrieb bestimmt auch. Zumindest das letzte Team. Ah, nee, nicht mehr. Da ist Alpin sogar das letzte Team, okay. Ja, gut. Ist aber auch egal. Okay, dann können wir jetzt aber rein starten. Oder Nachrichten, was haben wir da? Nichts, okay. Oh, das macht's richtig Bock, dieses Wochenende. Im besten Fass können wir ja, oder mein Ziel ist es ja, schon, durchaus Weltmeister. Oder zumindest um den Titel in der zweiten Saison zu werden, damit wir ab der dritten Saison das Team wechseln können. Weil wir ja das nicht ja ewig bei Aston Martin sein. Ach komm, haben wir da mit euch mal Glück? Mit prozentig klein? Ne, okay. Aber wir machen es trotzdem mal bis zum Ende. Vielleicht klappt es irgendwann mal. Ah, okay. Alle guten Dinge sind drei. Wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich noch was anderes probieren. Das klappt aber jetzt, okay. Das alle gute Dinge sind drei, hat sich bewahrheitet. Das ist auch wieder funktioniert jetzt. Okay, dann das erstmal noch. Und das. Bitte klappt, bitte klappt es, bitte klappt es. Es klappt nicht, okay. Ja, wir hatten dafür schon bei den Upgrade ganz viel Glück. Also da kann das auch mal viel schlagen jetzt. Das ist ja ohne so wichtig. Vor allem haben wir jetzt auch noch nochmal zwei Trainings, wo wir die anderen Ressourcenpunkte haben können. Aber man merkt es doch mal vor, äh, Fortschritt, ne? Ja, mittlerweile. Ah, toll. Toll. Ja, machen wir doch mal das, wagen wir es mal. Oha, es klappt sogar. Geil. Geiles Ding. Man würde sagen, das war so, schon die Komponenten machen nichts mehr außer die Ressourcenpunkte. Die sind mir eh am wichtigsten. Apropos, wie sind die Komponenten überhaupt aus? Müssen wir da mal langsam mal was tauschen? Sieht von geil aus. Wir können nicht mit Haas mithalten auf jeden Fall. Wir sind nicht mehr abgefangen. Und Williams ist ja komplett also, wenn wir die heute nicht schlagen, das wäre auch richtig eine ganz schöne Ohrfeige. Ah, 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 ah. Diese Komponenten, das Getriebe vor allem, ah. Gut, dass ich das Training noch mache. Sollen wir damit anfangen jetzt? Wollen wir es tauschen oder nicht? Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Im Grunde würde es eh nur um den Verbrennungsmotor gehen. Oder das Getriebe. Ich denke, das Getriebe werden wir mal machen. Einbauen Neues ohne Strafe. Den Motor würde ich mal noch lassen einfach für ein Rennen. Der wird schon, oder hoffentlich hält der. Aber das Getriebe vor allem, das können wir noch für die Trainings benutzen. Einfach, das Alte. Sodass das auch für das Neue schont. Aber vielleicht lieber nicht damit Probleme haben. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Okay. Dann können wir los in das Qualifien. So ein Ressourcen werden. Das habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen. Aber ihr habt ja auch gesehen. Viertel auch mit starken Ressourcen. Ja. Von so einem erfahrenen Fahrer muss man das erwarten. Über 2.000 Spiele. Ja. Erhöhte Ressourcenpunkte machen viel aus. Ich will mal wissen, was die KI bekommt. Weil die ja auch niedrig sind. Vor allem nicht mal 1.000. Insgesamt. Mit beiden Fahrern. Also zumindest Latifi müssen wir schlagen. Bitte. Also das wäre jetzt schon eine Enttäuschung. Erstmal ist der sowieso das langsamste im Feld. Und zweitens noch dazu mit dem langsamsten Deutel. Langsamsten Auto. Im Feld. Also ich würde den auch nicht schlagen. Also ich drehe drüber durch. Aber wir haben hier bisher immer eine ganz gute Überraschung eigentlich gebracht. In Bahrain und in Australien zumindest. Im Urlaubsverhalten. Aber auch trotzdem Latifi vor allem geschlagen. Und Gasly glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Okay komm. Miami ist so eine geile Strecke einfach. Die ist wirklich richtig mega. Außer diese letzte Kurve. Die habe ich ein bisschen Probleme immer. Die ist ein bisschen schwer. Zum Anbremsen. Vor allem mit diesem Auto aktuell. Das habe ich ein bisschen positiv. Das muss ich dann auf der schlechten Runde jetzt besser hinbekommen. Also. So. 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 kann man das vielleicht schaffen. Aber so. 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 ist das doch gar nicht mal so schlecht. Ok, aber noch irgendwas. Obwohl der Wind ist schon deutlich langsamer mittlerweile. Aber wir gucken mal wo wir sind am Ende. Platz 13 aktuell vor dem Magnussen, der ein identisches Auto hat und auch nicht mal viel weit vor uns. Nur minimal, also ja. Ok, stopp. An der Tiefe wie erwartet letzter. Eine halbe Sekunde kann man noch mit frischen Softs. Ja gut, ob ich das nochmal schaffe. Ja gut, ich hatte noch ein klingel Querstier. Diesen langsamen Teil. Aber halt. Ja. Ob das wirklich viel Zeit gekostet hat, bin ich mir gar nicht mal so sicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber mal sehen. Ich hab sogar vielleicht wieder zwei Runden im besten Fall. Aber treffe ich vielleicht... Ne, ich treffe nicht vom Verkehr. Ok. Die sind alle weit hinweg, denke ich. Dass ich meine Runde, beziehungsweise meine zweite Runde, je nachdem welch vielleicht die beste ist, fahren kann. Weh. Und, die sind alle Runden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 sich nicht zu freuen, wie jeden Irrer. Oh Gott. Ja, der Flügel, ja. Die Runde ist eh weg, aber es waren ja eh nur Gebrautreifen, deswegen habe ich das ja auch mehr und weniger gemacht. Einfach mal nur Zeit zu haben, um dann sich freuen zu können, wie schnell das am Ende wird. Wie viel schneller das am Ende wird. Deswegen soll ich lieber nicht zu spät bremsen. Wegen viel Schaden lenkt es aber noch schwerer und dann kann man unter Wand sein. Ganz leicht. Aber trotzdem eine 31,3. Was war meine Q1, die war schnell auf jeden Fall. Der zweite Wand vor allem. Ja, aber ja, gut. Aber gegen den Verstappen mache ich es gerade gar nichts. Der hat eine unter 1,29, wenn ich das so richtig gesehen habe gerade. Ja, da ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall. Ja, also wenn ich zumindest eine Sekunde noch finde. Vettel! Vettel, ist die Q3? Vorerst. Was? Was ist das Auto hier für, für, was? Okay, es muss aber abliefern, Alter. Wenn die von einem Vettel geschlagen werden, also wenn ein Vettel in Q3 kommt, dann ist das nicht, also das wäre schon, nachdem Q1 auftritt, wäre das schon ganz schön bitter. Aber, Alter, Vettel! Okay, es kommt noch Tsunoda, okay. Aber trotzdem, Alter. Oder haben die ja gut, obwohl ein Ricard, du kannst nicht mehr fürchtet. Die beiden McLaren sind aber weit hinten. Ein feines Auto für mich nicht so ganz gut hier zu sein. Aber Gasly muss noch besser können, wenn man sieht, wo Tsunoda hier gerade ist. Und Korn muss besser können, wenn man sieht, wo Alon zu... Ah, okay, da ist nur unmittelbar Vettel. Okay. Aber jetzt muss es passen. Es muss die Runde passen. Ich mache wieder hier ein bisschen zwei Runden. Eine Sekunde, soll sogar Delta jetzt hier schneller sein. Als, halt mit diesen gebrauchten Vettel da. Als meine Runde ungefähr. Das wäre ungefähr ein Vettelniveau. Aber jetzt, komm, konzentrieren. Also mit Platz 15 wäre ich jetzt überhaupt nicht zufrieden. Also mehr, also ein paar... Ich möchte schon schlagen. Besiegen. Oh, come on. Kann ich vielleicht sogar zwei Runden fahren, oder bin ich doch diesmal ein bisschen zu zeitlich rausgefahren? Ich bin mitten im Poolkircratz. Oh, es wird eng, glaube ich. Ja, ich glaube, aber ich schaffe es gerade so, wenn ich wollen würde, zwei Runden zu schaffen. Aber nur, wenn ich will. Wenn die nicht auf mir dann die Oberhandrunde ist. Oh, so, hier war ich vorhin gerade da in der Wand, weil ich unaufmerksam war. Ja, hier ist auch ein bisschen kurvig auf diese Gerade. Na, wenn ich dann mal nicht lenke, klar. Auf einer Geraden brauchen wir nicht lenken, die richtig gerade ist. Aber hier ist es nicht ganz gerade. Oh, nein. Es war fast zu spät, in den Track Limits bleiben. Sehr gut. Es war aber perfekt noch. Alter, Verwarnung, das war in den Track Limits. Oh, Gott. Schon wieder nie da in diesem Mittelsektor? Ist die KI da zu scheiße, oder was ist das? Jetzt, wo ich schon mal hier alles hinbekommen habe in diesem Sektor. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur zu gut bin, oder die KI einfach so schlecht. Es war fast zu spät, glaube ich. Aber es war perfekt. Es wird schon wieder, aber trotzdem eine sehr gute Runde. Über 1,7 Sekunden verbessert. Ist es jetzt sogar das jetzt? Platz 6 vorerst. Ja, was kommt von anderen noch? Ich lief ja... Nichts mehr. Hat er von einem Hamilton, glaube ich, war es. Er hat sich klar verbessert. Vettel hat... Ist, glaube ich, aber draußen aus dem Top 10, oder? Ich glaube... Oder? Er kann noch 10. sein, vielleicht. Aber ich glaube nicht, weil da ist jetzt Riccardo vor Vettel auf jeden Fall noch. Schade, aber ich glaube, er ist nicht 15. Oder? 11, doch! Oh nein, der hat es fast geschafft, den Q3. Aber guckt euch, das war an Platz 11 für Vettel. Und für uns sogar Q3. Das Auto ist massiv besser geworden. Obwohl es auf dem Papier noch nicht mehr so aussieht. Das ist unglaublich, Alter. Sepp? Wahnsinn. Nur eine Zehntel hat ihm zu Q3 gefehlt. Unfassbar. Und zum ersten Mal Q3, oh. Jetzt endlich mal. Ohne Fehler in der Runde. Und in Australien hätte man es vielleicht, vielleicht geschafft. Wahrscheinlich 13 hätte ich finden müssen. Ob das drin gesteckt hätte, weiß ich nicht. Aber jetzt fahre ich wieder nur eine Runde. Weil zweimal muss man nicht machen. Komm, ich fahre jetzt nur ein oder zwei Runden halt so ein bisschen wieder halt kurz vor dem Ende auch rausfahren. Damit das Qualifien jetzt auch nicht zu lange dauert. So, so vier Minuten vor dem Ende fahre ich wieder raus. Was exakt jetzt? Na, jetzt ist es ungefähr soweit. Okay. Mit frischen Softs. Jetzt können wir trotzdem zwei Runden fahren. Je nachdem, wer für wieder besser ist dann. Oder ob die eine, die ich jetzt habe hier. Oder eine, die erste, die ich fahre. Und gut, drei, ob die halt besser ist. Schöpfer. Ah, dann können wir da aber diesen eng werden auf jeden Fall. Ich bin der Viertletzte auf der Strecke jetzt. Ah, ich glaube ich könnte es wieder gerade so schaffen, dass sie es jetzt nicht schaffen. Boah, es wird aber diesen wirklich eng. Das muss ich nicht unbedingt schaffen können. Aber ich würde es wieder schaffen, wenn ich noch schnell fahre jetzt. Ich brauche aber diese Runde gar nicht mal. Weiß ich halt nicht. Das Auto ist ja wohl einfach gut. Also es fühlt sich wahnsinnig an einfach. Kein Vergleich zu Imola, wo es kaum, wo es halt auch diesen Fehler gemacht hat. Im Rennen meine ich. Im Rennen und im Poli von allgemein. Das Auto nicht so schnell war es einfach. Diesmal nicht Lila im ersten Sektor, im Mittelsektor. Okay, aber das fand ich schon ganz gut gemacht. Ich fand diesen Mittelsektor schon echt stark. Ich war doch ein bisschen zu sehr über der Strecke. Man weiß es nicht, über Track Limits. Aber allgemein war das wieder eine Runde, die Wahnsinn ist. Das war jetzt vielleicht die einzige, die ich mache jetzt wieder. Weil die war auch schon super. Die war Wahnsinn, die Runde. War Platz 9 sogar. Ja, sogar jemand geschlagen. Ich könnte sogar noch eine Runde machen, wenn ich wollen würde. Machen wir schon noch eine Runde oder... Mal versuchen. Versuchen, ob die Reifen, dass es her geht noch. Aber ich bin Platz 9. Ich habe sogar wirklich nicht mal Platz 10. Ja, ich bin Platz 9, ich lade die Reifen geben, das so nicht mehr her jetzt. Zwei Zehntel. Ah ne, ich bin auf der Gerade noch viel zu langsam jetzt. Ne, bringt nichts. Aber das ist 9 ey. Geil. Zinuter geschlagen. Und das ist aber ganz... Ah, mhm. Alter. Was ist denn das, bitteschön? Die ersten vier in 13 Tausendstel. Der zweite bis vierte in 3 Tausendstel. Was ist denn das? Und auch Hamilton noch unter einer halben Zehntel, knapp. Was zum Geier. Und ja, warum war vorhin die erste Reaktion. Deswegen. 5.000 Zylinder Regattor, das ist schon ärgerlich. Das hätte bestimmt noch irgendwie drin gesteckt. Aber da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Das ist dann schon echt eine große Lücke. Aber wir hatten auch eine große Lücke zur Not am Ende. Also es war schon echt eine geile Runde. Eine Sekunde nur weg von der Spitze, kann sich hinlassen. Auf jeden Fall. Okay, und das war's dann auch mit diesen geilen Käufern. Ich hoffe, das Rennen geht so weiter. Ich hoffe es. Und ja. Okay. Das war's dann jetzt. Bis zum nächsten Mal in... Beim Rennen dann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und... So.